Norddeutscher Rundfunk 2021 Was soll man jetzt dazu noch sagen? Fällt mir dazu noch was ein, was man sagen könnte? Sind die Wolken nicht von jedermann zu unterscheiden? Von ausgebrachten Aerosolen, die irgendwie unser Wetter... Also die liegen jeweils über den Wolken und beeinflussen so die Wolkenbildung stark. Aber das oder Ähnliche erzähle ich ja schon seit 10 Jahren. Insofern fällt mir jetzt echt nichts Neues mehr ein. Wir haben die Wolken aus der Leuung, die sich immer wieder steigen. Jetzt геро dich, die Wolken überwenden. Wir haben hier auch keine Wetter-Kerang, die sich immer wieder verbunden hat.